Kinder-Universitäten sind seit 2002 an mehr als 50 Universitäten und Fachhochschulen entwickelte Veranstaltungen, die Kindern die Wissenschaft einfach und verständlich vermitteln sollen. Ziel ist es Kinder für die Wissenschaft zu begeistern und gleichzeitig an den Hochschulen mehr Verständnis für die Wissensvermittlung zu wecken. Die Veranstaltungen dienen auch der Werbung für die Institution, in dem Kinder für wissenschaftliches Denken motiviert und damit als zukünftige Studierende angesprochen werden. Entwicklung Das Schwäbische Tagblatt Eine in Tübingen erscheinende Tageszeitung und die Eberhard-Karls-Universität Tübingen veranstalteten 2002 die Kinder-Uni Tübingen, die durch einen Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit im deutschsprachigen Raum bekannt wurde. Vorreiterin im deutschsprachigen Raum war die junge Uni der Universität Innsbruck, die im September 2001 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Auffindung des Mannes im Eis mit einer großen Veranstaltung für Kinder und Jugendliche startete. Auch an der Universität Münster wurde bereits in den Jahren von 1992 bis 1996 einmal im Semester eine Vorlesung für Kinder angeboten. Die größte und umfangreichste Kinder-Uni ist die Kinder-Uni Wien mit 3500 teilnehmenden Kindern und 380 Lehrveranstaltungen innerhalb von zwei Wochen in den Sommermonaten. Die Idee der Kinder-Uni wurde von knapp 100 Hochschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Slowakei, Kolumbien, England und Liechtenstein übernommen. Die Kinder-Uni-Idee stieß nach dem Pisa-Schock in Deutschland auf sehr großes Interesse und Medienecho. Hunderte von Professoren boten Vorlesungen an. Auch einige Fachhochschulen und Musikhochschulen veranstalten mittlerweile eigene Kinder-Universitäten. Im Dezember 2005 erhielt die Kinder-Uni Tübingen den Dekat-Preis der EU in der Kategorie Wissenschaftskommunikation. Dotiert ist er mit insgesamt 250.000 Euro. Die Kinder-Uni erhielt 50.000 Euro. Im September 2009 erhielten die Initiatoren der Ersten Kinder-Universität in Tübingen Ulrich Janssen und Ursula Steuernagel. Beide Redakteure des Schwäbischen Tagplatz das Bundesverdienstkreuz am Bande. Kinder-Universitäten sind mittlerweile ein wichtiges Markenzeichen von Universitäten und demonstrieren ihre Verankerung in der Bevölkerung. Die Aktivität einzelner Kinder-Unis erstreckt sich zudem nicht nur auf die Durchführung von kindgerechten Vorlesungen. So gibt es inzwischen auch einige Bücher, die Vorlesungsinhalte aufgreifen und den Kindern vertiefend näher bringen. Drei Kinder-Uni-Bücher wurden auf Anji Bestseller und in 13 Sprachen übersetzt. Die Autoren Ulla Steuernagel und Ulrich Janssen, Gründer der Ersten Deutschen Kinder-Uni, wurden für den Jugendliteraturpreis nominiert und mit dem internationalen Buchpreis Korine ausgezeichnet. An der Karl-von-Ossetzki-Universität Oldenburg wurde im November 2005 neben der Kinderuniversität mit informierenden Vorlesungen auch eine Arbeitsstelle für Kinderforschung gegründet. Dort wird auch seit drei Jahren im Rahmen der Pädagogischen Woche, die jedes Jahr im September stattfindet, auch eine Elternuniversität angeboten. Das European Children's Universities Network zielt auf eine Bestandsaufnahme laufender Kinder-Uni-Aktivitäten in Europa und eine Vernetzung der Organisatoren ab. Über die EUCU-Net-Website können über 120 Kinder-Uni-Projekte in Europa und darüber hinaus gefunden werden. Konzepte Meist wird die Altersgruppe der 8- bis 12-Jährigen angesprochen. Mittlerweile bieten bereits viele Kinder-Unis als eine der ersten die Junge-Uni Innsbruck. Auch Veranstaltungen für jüngere Kinder und Jugendliche an. Seit 2007 bietet die Junior-Uni Graz Veranstaltungen für Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren an. In Salzburg werden von der Paris-Lodron-Universität seit 2010 im Rahmen der Schüler-Uni regelmäßig Veranstaltungen für 14- zu 18-Jährige offeriert. Die meisten Kinder-Universitäten werden in Form von Vorlesungsfolgen veranstaltet. Die einzelnen Vorlesungen werden auflockernd und veranschaulichend ergänzt durch Theaterszenen, Show-Einlagen, Versuche für Kinder oder Demonstrationsversuche, Quizbögen oder Abstimmungen des Publikums und anderes. Entsprechend der hohen Nachfrage sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Kindern keine Seltenheit. In der Regel sind Eltern zu diesen Veranstaltungen nicht zugelassen. Sie können oft außerhalb des Hörsaales an Bildschirmen die Vorlesungen beobachten. Die Kinder-Uni Tübingen verfolgt das Konzept im laufenden Semester eine große Lehrveranstaltung anzubieten. Die Kinder bleiben so kontinuierlich mit der Universität in Kontakt. Die Kinder-Uni Tübingen kann als Vorreiterin dieses Modells betrachtet werden. Die meisten Kinder-Universitäten vergeben Teilnahmeausweise, Kinderdiplome oder andere Formen symbolischer Zertifikate. Im Gegensatz zu den Vorlesungen und Massenveranstaltungen für Kinder bietet die Junge-Uni Innsbruck schon seit 2001 großteils nur interaktive Workshops für Kinder und Jugendliche an. Die Kinder und Jugendlichen arbeiten in kleinen Gruppen mit hoher Betreuerzahl direkt mit dem WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern zusammen. Wobei die wechselseitige Wissensvermittlung im Mittelpunkt steht und nicht der einseitigen Monolog eines Vortragenden, Hands-On und Learning by Doing stehen im Vordergrund. In Österreich wird das Programm Kinder-Uni zurzeit in Innsbruck, Wien, in Steyr, in Graz, in Salzburg, in Dornbirn, in Feldkirch und in Krems angeboten. Die Junge-Uni Innsbruck findet das ganze Jahr über statt und hat eine Vielzahl von Programmen für die verschiedenen Altersgruppen entwickelt. Aktionstage im Herbst für Schulklassen und Familien, Junge-Uni für Talente für sehr interessierte Kinder, Kindersommer-Uni in den Semester, Oster- und Sommerferien, Youth in Tos 1, wissenschaftliche Projektwochen für Jugendliche ab 15 Jahren und der Kinder-Uni Express, der 2006 zusammen mit der Kinder-Uni Wien durchgeführt wurde. Bis zu 13.000 Kinder und Jugendliche besuchen jedes Jahr die Jungen-Uni-Veranstaltungen. Die Junge-Uni arbeitet von Anfang an auch mit Schulen und außeruniversitären Einrichtungen zusammen, um möglichst auch Kinder und Jugendliche aller sozialer Schichten anzusprechen. Seit dem Jahr 2007 bietet das Vorarlberger Landeskonservatorium die erste Kindermusik-Uni Österreichs an. Kinder-Uni Wien findet im Sommer statt und bietet zwei volle Woche Unileben mit mehr als 400 Vorlesungen, Workshops und Seminaren, aus denen die Kinder frei wählen können. Und um Unileben so richtig auskosten zu können, erhalten die Kinder ein Studienbuch, Ausweise, Speisen in der Mensa, Lesen in der Bibliothek, Schreiben Artikel für die Uni-Zeitung, machen Uni-Fernsehen und haben viel Gelegenheit andere Studierende kennenzulernen. Die Veranstaltungen werden ehrenamtlich von Wissenschaftlern der verschiedenen Wiener Universitäten abgehalten. Manchmal werden einige Wissenschaftler von Universitäten im Ausland eingeladen. Neben der Kinder-Uni Wissenschaft an der Uni Wien und der Kinder-Uni Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien gab es 2005 erstmals die Kinder-Uni Medizin an der Medizinischen Universität Wien, 2007 die Kinder-Uni Technik an der Technischen Universität Wien und 2009 erstmals die Kinder-Uni Boku an der Universität für Bodenkultur. Abschluss bei der Kinder-Uni Wien ist die Sponsion im großen Festsaal der Universität Wien. Für alle, die bereits einmal teilgenommen haben, aber diesmal schon zu alt sind, gibt es im Rahmen des weltweit ersten Kinder-Uni-Alumni-Clubs die Möglichkeit in kleinen Gruppen an mehrtägigen Forschungsprogrammen teilzunehmen. Insgesamt bietet die Kinder-Uni Wien über 26.000 Plätze in kostenlosen Vorlesungen, Workshops, Seminaren und Exkursionen. Zwei Drittel der angemeldeten Kinder kamen 2009 aus Wien. Das Einzugsgebiet reicht bis vor Albert. Auch in Steyr und Krems sind die Vorlesungen in den Sommerferien. In Graz besucht man sie regelmäßig im Winter bzw. im Sommersemester. Krems bietet eine junge Uni für die schon etwas älteren minus die 11- bis 14-Jährigen. Die Vorlesungen in Krems orientieren sich an den Studiengängen der IMC-Fachhochschule Krems zu Themen wie Biotechnologie, Rechtswissenschaften, Management-Informations-Technologien, Management-TTC, am Nachmittag WID ein Fun- und Action-Programm für die Jungstudierenden geboten. Die Kinder-Uni Steyr veranstaltet seit 2006 zwei Sommerakademien, die Schlau-Fuchs-Akademien Enstahl und Kirchdorf. Ehrenprofessor der Kinder-Uni Graz ist der berühmte Kinderbuchautor und Forscher-Expressvater Thomas Breziner und Ehrenprofessor Volke Tegelthoff, der bekannte Märchenerzähler und Kinderbuchautor. Die Junior-Uni Graz hat 2010 mit der Kinder-Uni fusioniert und deckt nun das Altersspektrum der 8- bis 1-9-Jährigen ab. Die Kinder-Uni Graz ist eine Kooperation der vier Grazer Universitäten und der FH Joanneum. Es wird ein Ganzjahresprogramm geboten. Dazu zählen die Herbstsemesterwoche, die Sommersemesterwoche, Ringvorlesungen, Zusatzworkshops und die dreiwöchige Sommerkinder-Uni. Zusätzlich werden die besten Fachbereichsarbeiten im naturwissenschaftlichen Bereich von Wissenschaftlern der Uni Graz bewertet und durch die Dr. Hans-Riegel Stiftung gekürt. Im geisteswissenschaftlichen Bereich wird der Junior Academic Prize durch die Kinder-Uni Graz verliehen. Am Ende des Jahres bietet sich für die Kinder-Uni-Studierenden die Möglichkeit, sich zur Sponsion anzumelden. Typische Vorlesungstitel Oft werden die Vorlesungstitel an Kinderfragen angelehnt wie Warum gibt es Arm und Reich? Warum brauchen Astronauten Raumanzüge? Können wir die Zukunft vorhersagen? Wie lernten die alten Griechen das Schreiben? Hat der Baum eine Seele? Machen Pommes, Dick und Nudeln glücklich. Warum sind wir schlauer als Roboter? Warum ist Spielen wichtig? Wieso alle Welt süchtig nach Harry Potter ist oder Was eine gute Geschichte auszeichnet? Was lässt den Kuchenteig aufgehen und warum sprudet die Limo? Warum ist der Pfau so prächtig? Warum bin ich ich? Siehe auch Begabtenförderung Bürgeruniversität Juniorstudium Schülerstudium Spezialklasse Junior-Uni Wuppertal Verknüter Nachschalen Leb около nie euch Musik Fleet Schmerz J gut ich Les Le Ich Vielen Dank.